Die Energie AG Oberösterreich war auch bei der Einführung innovativer Technologien wie Photovoltaik bisher führend. Die Wasserkraft ist die Säule, aber in Zukunft wird Wind und Sonne stärker noch dazukommen. Wir haben dieses Thema aktiv angegangen und jetzt geht es auch darum, dass der Kunde davon direkt profitieren kann. Nun lässt sich der selbst erzeugte Strom beispielsweise an einer Photovoltaikanlage speichern. Wir haben ein Sonnenstromspeicherpaket für unsere Energie AG Kunden aufgelegt, die eine Photovoltaikanlage zu Hause haben. Warum? Weil die oft vor dem Problem stehen, dass sie dann Strom erzeugen, wenn sie ihn eigentlich gar nicht brauchen. Und was bitten wir denen jetzt an? Die können bei uns diesen zu viel erzeugten Strom zwischenlagern und können ihn dann verbrauchen, wenn sie auch zu Hause sind und diesen Verbrauch haben. All jene, die bereits den intelligenten Stromzähler Smart Meter betreiben, können nun mit der Weltneuheit Smart Power einen Schritt weiter gehen. Damit ist es nun möglich, per Smartphone Geräte oder Beleuchtung in den eigenen vier Wänden zu aktivieren. Smart Power ist unser Paket, um das zu Hause intelligent zu machen. Das ist ein intelligentes Energiemanagement-System. Sie bekommen von ihrem intelligenten Zähler, dem Smart Meter, in Echtzeit Daten über Verbrauch und wenn sie eine Photovoltaikanlage haben, auch über die Erzeugung. Und gleichzeitig die Möglichkeit, in ihrem Zuhause Verbraucher zu steuern und so einen Schritt in Richtung noch mehr Unabhängigkeit, besonders wenn sie eine Photovoltaikanlage haben, zu gehen. Damit hat die Energie AG Oberösterreich abermals seine führende Rolle in Sachen Energie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017